Oh man, ich fahr schon so lange und hier ist nichts. Oh, warte mal, hier unten ist irgendwo so eine Schiffsruine und hier oben ist auch ein Boot. Vielleicht, ich glaub, ich geh da mal gucken. Ich glaub, ich mein, warum denn nicht? Vielleicht ist da ja irgendwas, was mir hilft bei meinen weiteren, äh, keine Ahnung, Landsuchabenteuern. Ist hier irgendjemand oder ist da einfach nur irgendjemand verendet? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, ich find jetzt hier kein Skelett, wenn ich die Tür aufmache. Okay, drei, zwei und, äh, hallo? Oh, da haben wir das gute Gold. Ah, Entschuldigung, wenn ich die verschreckt hab. Wer bist du? Was machst du hier unten? Hi, ich bin Izzy. Äh, hi, Ronja. Ey, Entschuldigung, ich bin nicht klar. Ich komme in Frieden, ich komme in Frieden. Du kommst in Frieden, aber Hauptsache du klaust mir nicht mehr Gold. Ich klau dir nicht dein Gold. Ist da Gold drin? Ja, da war Gold drin, aber das ist meins. Okay, alles klar, ich lass dir dein Gold, kein Problem. Was machst du hier unten? Ich bin eine Piratin. Oh. Nein, hi. Äh, hi. Ich war hier gerade unterwegs und ich habe hier tatsächlich einen kleinen Schatz gefunden in diesem Boot. Willst du mal sehen, das ist eine Schatzkarte. Oh ja, zeig mal her. Warte mal, aber ich will sie wieder haben. Ich geb sie dir zurück, versprochen. Das ist ein Vertrauenstest. Okay. Siehst du das? Und da oben links ist so ein Kreuz, siehst du das? Bei dem roten See? Ja, bei dem roten See, da ist bei mir so ein X. Ist da bei mir auch so ein X? Nee, ich seh da kein X. Du siehst da kein X? Nee, du liegst doch, das ist doch Quatsch, da ist doch kein X. Ja, da ist ein X. Nee. Was labens? Da ist doch kein X. Hier, guck dir die Karte doch an, da ist doch kein X. Hey, da ist bei mir ein X. Was? Ja, definitiv. Wir müssen da hin jetzt kommen. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Willst du mal einsteigen oder nicht? Ja, komm. Hallo, hier ist Rania und wir befinden uns heute mit der Easy zusammen in Minecraft Bauernhof. Nennen wir das Projekt Bauernhof? Mal gucken. Wir haben keinen Namen. Es ist noch offen. Hoher See und Piraten und... Oh Gott, guck mal, da ist ein nackter Mann am Strand. Warte, ich seh nur da hinten ein Shark aus. Guck mal da vorne, da läuft wirklich ein nackter Mann. Oh mein Gott, warte, du hast recht. Warte, der hat blaue Haare und einen blauen Bart. Was ist denn da los? Nein, unser Boot schwimmt weg. Oh Gott. Ohne dich. Komm schon. Schaffst du's? Meins ist auch schon abgetrieben. Was macht der denn da? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Hallo? Ja, ich geh mal zu ihm hin. Hallöchen. Was sagt er? Äh, weg mit euch. Hört ihr schwer? Hä, was? Ich weiß nicht. Hallo? Sag sie mal, sie können doch nicht so mit mir reden hier. Sagt er noch was? Er sagt nur weg mit euch. Mann. Hä? Hau ab, ihr stört das Signal, sagt er. Sag mal, hat er da eine Zeit in die Tür? Was sagt er bei mir? Was? Ja, was hat er denn da... Ich glaub... Meinst du, der sucht am Strand nach irgendwelchen Goldmünzen oder Wertsachen? Wahrscheinlich. So wie der aussieht, können wir dem alles zutrauen. Okay, was sagt denn deine Schatzkarte? Wo müssen wir hin? In welche Richtung? Weil ich hab mal gehört, folgt immer dem Fluss des Wassers. Das heißt, wenn wir hier dem kleinen See folgen, dann führt es uns vielleicht zu einer, keine Ahnung, Insel. Ja, das könnte sogar sein. Das könnte sogar hinkommen. Lass mal gucken, okay? Wir gehen mal... Okay. Ha. Siehst du hier irgendwas? Nein, da lang. Nein, Moment. Sag mal, bist du sicher, dass du die Karte überhaupt lesen kannst? Da geht's doch lange nicht... Äh, nee. Bist du sicher? Easy. Es könnte hier sein. Guck nochmal. Ich glaub auch. Okay, warte mal. Hier oben... Hier ist nur Gras. Das ist ja echt ein langer... Also... Auf deiner Karte sah das alles sehr erreichbar aus. Hä, hier sind voll viele schöne Blumen und alles. Wir können Blumen pflücken und uns Blumenketten in die Haare machen. Ich dachte, wir finden hier einen Schatz. Was wollen wir denn mit Blumenketten? Oh, weißt du, was voll cool wäre? Guck mal, wir haben das Boot und wir könnten das Boot hier hin machen und den Fluss runterfahren. Wollen wir das machen? Okay, auf... Ja. Okay, warte. So, zack. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, weiter nach da... Oh, guck mal. Warte, ist das ein Camp? Warte mal. Ich guck mal. Oh, ähm... Hier sind tote Menschen. Das ist... Das war mein Camp. Das ist recht verlassen. Oh mein Gott. Warte mal. Vielleicht lebt hier noch jemand? Wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendjemand übrig im Leben ist? Äh, ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Ist hier eigentlich mein cooles Piraten-Outfit aufgefallen? Ich habe das extra angezogen heute, weil ich ja Piratin bin. Ja, sieht sehr hübsch aus. Voll gut. Hast du schon viele Schätze gefunden oder war das dein erster im Boot? Ja, ja, noch keinen. Ach. Aber vielleicht kriegen wir es ja. Guck mal, jetzt die Kiste. Oh, was ist da drin? Oh, ein paar Karotten. Dann nehme ich welche mit. Ich meine, die essen die wahrscheinlich eh nicht mehr. Nimmst du auch welche? Ich habe schon, ich habe schon. Du hast schon. Ich nehme mir noch ein Schwert. Monja. Ja? Oh, oh. Was ist denn? Guck mal da vorne. Huh? Oh, oh. Nein, nein, nein. Was siehst du denn? Was siehst du denn? Ich glaube, wir müssen laufen. Ich weiß es nicht. Warte, das ist ein Bär. Nein! Oh Gott, warte. Ähm. Renn, renn, renn. Warte, ich mache das Boot in den Fluss. Wir passen. Mögen Bären Wasser? Komm, komm, komm. Ich bin im Boot. Ich bin im Boot. Ah, wir stecken fest. Oh, easy, fahr schneller. Der Bär ist hinter uns. Nein, sag nicht. Okay, wir müssen laufen. Äh. Lauf, Monja, lauf. Ich renne. Wir müssen das Boot jetzt zurücklassen. Nein, unser schönes Boot. Wir kommen nicht mehr weg. Wetten, der Bär setzt sich jetzt rein? Meinst du? Nein, guck mal. Warte, warte. Ich wette, mit der, der fährt jetzt bestimmt. Wo ist der? Ist der Bär noch da? Aber das Boot ist auch weg. Ich glaube, der Bär ist mit dem Boot weggefahren. Hat sich gedacht, nö. Aber ist okay, wir haben das Boot geopfert für unser Leben. Ich meine... Warte, vielleicht müssen wir auf die Karte... Nein, wir sind in die voll falsche Richtung gelaufen. Och, easy. Lass mich nochmal gucken. Zeig mal her. Bist du sicher? Ich will nochmal gucken. Ich glaube, wir müssen nach da... Das war bei dem Roten See, oder? Ja, wir müssen zum Roten See. Hm. Ich sag, in die Richtung geht's. Nein, es geht in die Richtung. Das ist doch kratsch. Es geht eindeutig in die Richtung. Hallo. Guck mal, wir haben in die Richtung geguckt. Und das heißt ja, logischerweise, dass wir uns einfach rechts von den Bäumen hier... Okay. Okay. Der Gewinner, der entscheidet die Richtung, okay? Okay. Wir schreiben in den Chat auf drei. Okay. Okay, eins, zwei, drei. Ich hab nicht in den Chat geschrieben. Nein, was ist in den Chat? Was hättest du denn gemacht? Ich hätte selbstverständlich Stein genommen. Ja, genau. Ist okay, ich lass dich gewinnen. Nimm du halt den Weg. Aber wenn wir uns verlaufen, ist es deine Schuld. Die verlaufen uns schon nicht. Ich weiß, was ich mache. Ja, ja. Wir verlaufen uns schon nicht. Heute ist dein erster Tag als Pirat, oder? Warte, ist da noch... Oh Gott. Warte, ich hab zum Glück ein Schwert. Hast du auch ein Schwert? Ah, oh Gott. Oh je. Oh Gott, verbrenn dich, Ronja. Ich hab Angst. Verbrenn dich? Nee, nee, alles gut. Wenn die dich angreifen, kann das schon mal vorkommen. Oh nein, der Junge. Ich hab kein Leben mehr. Warte, ich vers... Oh gut, der ist... Der ist tot. Oh mein Gott. Alles... Äh, danke, ich muss weg, Mama. Warte, alles klar, dann... Mach's gut, kleiner Junge. Tschüss. Tschüss. Okay, ähm... Ah, okay. Warte, wenn der Junge irgendwo hinläuft, dann ist da bestimmt ein Dorf. Und dann ist da bestimmt auch irgendwas, wo wir eine Unterkunft finden, oder nicht? Wozu brauchen wir eine Unterkunft? Ich will meinen Schatz haben. Ja, aber guck mal. Wenn wir den Schatz gefunden haben, dann müssen wir den... Warte, ist das der See? Du hast recht. Okay, ich nehm alles zurück, was ich gesagt hab. Aber du bist die beste Schatzjährin, die es gibt. Aber das ist ein Lavasee. Ja, das stimmt. Wie sollen wir denn da den Schatz rauskriegen? Hm, da gibt's bestimmt einen einfachen Grund dafür. Es gibt vielleicht irgendeinen versteckten Schalter, der die Lava abfließen lässt, oder... Ich mein, irgendwie müssen wir ja an den Schatz kommen. Es kann ja nicht sein, dass du die Schatzkarte da... Oh mein Gott! Easy. Soll das so sein? Finger weg von meinem Schatz! Ihr habt hier nichts zu suchen! Äh... Das ist jetzt irgendwie ein bisschen... Also... Hilfe! Mann! Ich hab gedacht, wir finden jetzt einen Schatz, aber nee! Okay, also das war wohl auch eher nichts, dann... Wollen wir dahin, wo der Junge hingelaufen ist, oder? Wollen wir vielleicht mal kurz erklären, wie wir das machen? Ähm, genau. Ab jetzt gibt's jede Woche zwei Folgen von diesem Format. Eine auf Isis Kanal, eine auf meinem. Beziehungsweise nicht auf deinem aktuellen, sondern du hast einen neuen Kanal, richtig? Richtig, ich hab echt mal einen neuen Kanal gemacht, wo ihr reinschauen könnt. Da könnt ihr auch gleich abonnieren. Achso, das werbe ich lieber in meinem. Das kannst du ruhig sagen. Abonniert den Kanal, abonniert den neuen Kanal von Isi. Den verlinke ich hier unten drunter, falls ihr mir den sagt. Und da kommt dann das nächste Video am Mittwoch. Und meins kommt immer sonntags. Das heißt, ihr wisst ja Bescheid, wann ihr wo vorbeischauen sollt. Okay, das war's. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen einen Daumen hoch da. Und schreibt mir einen netten Kommentar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschaui! Sehr gut. Tschaui! 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 Untertitelung des ZDF, 2020